Im unteren Kameleon nach Fakau bereist, um sich dort mit gleichwertigen, fröhnischen Jugendlichen zu treffen. Gemeinsam haben sie unter anderem die Gedenk- und Erinnerungsstätten in Ausschritt gesucht. Heute berichten sie von ihrer Weise gegen das Vergessen. Und im Anschluss spricht Shenzhen Shenzhkan für den Informationsrat der Stadtrat des Autos der Amts. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Simon Muth und ich komme aus einer jenen Kultureinrichtung, Kunde und Kameleon. Ich bin der Trainer der evangelischen Schülerin und Schüler der Al-Espann, kurz auf ESG-Gerand. Seit dem vergangenen Sommer lebte ich in Saarbrücken, bin aber dann auch Teil des KPCs. Um betreiben zu dürfen, habe ich in der Gruppe einen langen Brief an meiner Teilungsseite in Saarbrücken geschickt. Wir wurden mit einem Internat in den näheren Tagen untergebracht. Wir haben im Zusammenarbeit mit einer polnischen Gruppe einen internationalen Kult-Worship gemacht. Die Ergebnisse können sie draußen für ihr betrachten. Wir besichtigten die ehemaligen Konzentrationslager, Filkenkauf, Stammlager und Mordel, das sozusagen das private Kassett gegen Farben und Kuharwerke war. Uns alle hatten sie mit den Gedenkstandsgefahrt sehr bewegt, tief rührt und wir konnten nicht glauben, dass Menschen, die solche Leute hatten, in der Lage sind. Gleich wenn die Teilnehmer der Deutschen Gruppe ihr Eindruck und Gefühle während der Besicherung preisgegeben, bedanken möchten wir uns bei Adelika Kurek, unserer polnischen Koordinationsfacherin vor Ort, Rute König, die Leiterin der ESG-Bildstelle, Faden Kärchen und Christian Gugel, die mit uns diese Reise gegen das Vergessen gemacht haben. Herzlichen Dank.